Hallo zusammen, ich bin Django und ich rede zu euch aus Brunnen, aus dem Herzen der Schweiz. Unser Land ist bekannt als Wasserschloss von Europa. Unsere Flüsse tragen das Wasser in alle Himmelsrichtungen. Aber das Wasserschloss ist in Gefahr. Unsere Gletscher sind aus dem Gleichgewicht. Einer nach dem anderen wird durch die Wissenschaft für Tod erklärt, mit der Todesursache Hitzetod. Und in den Bergen fällt weniger Schnee im Winter. Und der wenige Schnee schmilzt im Frühling schon weg, bevor er uns durch den Sommer helfen kann. Die Alpen verlieren ihre wichtige Funktion als Wasserspeicher von Europa. Die Alpen brauchen Klimaschutz, Europa braucht Klimaschutz, unsere Welt braucht Klimaschutz.